Arbeits- und Gesundheitsschutz genießen einen hohen Stellenwert in unserem Unternehmen. Wir als Gesundheitsmanager sind natürlich immer darauf aus, unseren Mitarbeitern attraktive Angebote zu machen. Mit dem B-Aktiv-Truck haben wir ein innovatives Präventionskonzept umgesetzt, in dem wir die Gesundheit zu den Menschen bringen. Das Interesse seines unserer Mitarbeiter ist sehr hoch. Vor allen Dingen Auszubildende nehmen an diesem Angebot sehr gerne teil, aber auch die Kollegen, die schon langjährig bei uns beschäftigt sind, kommen gerne hier zu dieser Aktion. Als sportliche Krankenkasse wollen wir Menschen in Bewegung bringen, sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld. Im Rahmen von Gesundheitsförderungsmaßnahmen möchten wir unsere Mitarbeiter für das Thema Bewegung begeistern, weil es so eine einfache Formel für ein gesundes Leben ist. Im betrieblichen Gesundheitsmanagement arbeiten wir seit Jahren mit namhaften, großen Unternehmen zusammen. B-Aktiv und Opel, das passt sehr gut zusammen, weil die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist uns sehr wichtig. Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter genauso gesund abends nach Hause kommen, wie sie morgens zu uns herausgefahren sind. Deswegen ist die Chance, wir aktiv, das mobile Fitnesscenter zu nutzen, eine sehr gute Gelegenheit, unsere Testfahrer langfristig fit zu halten. Das Besondere bei dem Trainingskonzept ist, dass wir die Beschäftigten individuell vermessen und vom Test zum Training steuern. Das Training ist jederzeit von Therapeuten begleitet und besonders ist eben, dass ein Trainierender am Ende auch seine Erfolge sehen kann. Das heißt, wir analysieren den Anfangswert und vergleichen ihn mit dem Endwert und können in der Regel feststellen, ich bin besser geworden und gesünder geworden. Man kann diese Trainingsgeräte mit Chipkartensteuerung bedienen, das heißt, es entfällt das komplette Einstellen der Geräte. Der wesentliche Vorteil an den Geräten ist, es ist ein elektronischer Motor drin, der einen Widerstand setzt. Und gegen diesen Widerstand kann ich wesentlich effektiver arbeiten als gegen klassische Gewichte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017